17. Juli 1964 Eine meiner Schwiegertöchter bat mich, für mein krankes Enkelkind das Medikament abzuholen. Darauf musste ich länger als eine Stunde warten. Während dieser Wartezeit erregte ein Zeitungsartikel meine Aufmerksamkeit. Kaum hatte ich einige Zeilen davon gelesen, wandte sich der Herr Jesus mit seiner Bitte sanft an mich. Meine kleine Sonnenblume, hilf mir lieber, die armen Seelen zu befreien. Ich teile ständig meine ewigen Gedanken mit dir. Siehst du, wie nützlich diese kurze Zeit ist? Durch das Beiseitelegen dieses Zeitungsartikels hilfst du den armen Seelen, damit sie mein Angesicht schauen dürfen. Diese Teilnahme an meinem Erlösungswerk ist wunderbar verdienstvoll. Siehst du, wie sehr ich alles vereinfache, was ich von euch verlange. So nahe bringe ich euch allen, die Durchführung meiner ewigen Gedanken. Schreibe es nur nieder. Meine niedergeschriebenen Worte, die ich durch dich mitteile, werden viele Seelen beherzigen. Gelobt sei Jézus Christus in Ewigkeit. Amen.